Hans Georg war der Erste, der die große, eckige Pyramide sah, die sich dem rot-goldenen Abendhimmel entgegenstreckte. Begeistert wies er seinen Geschwistern den Weg und sogleich öffnete sich der Urwald und ein großes Areal tat sich vor ihnen auf. Na nun, kein Kommentar zur Architektur, Esther? Nö, was ist los? Ach, es interessiert ja doch eh keinen. Außerdem, was soll ich denn schon groß sagen? Ja, alte Steine übereinander gestapelt. Also sonst wirkst du deutlich begeisterter von alten, übereinander gestapelten Steinen. Hallo, hier, ein ziemlich mysteriöses Teil. Schaut euch das mal an. Ja, wow, das sieht in der Tat rätselhaft aus, Alex. Was ist das denn? Was hat denn das zu bedeuten? Wer seid ihr? Die Zeit für Touristen ist doch schon lange oben. Ich habe keine Zeit für solche Späße. Wir sind die fünf. Das ist mir doch egal. Aussteigen und mitkommen. Äh, was? Sie können doch nicht einfach meine Schwester mitnehmen. Und ob wir können. Es handelt sich hier schließlich um eine Straftat. Straftat? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Er hatte einen sehr deformierten, schiefen Kopf. Jeder hatte Respekt vor seiner Erscheinung. Eine mysteriöse Infektion soll dazu geführt haben, dass sein Kiefer gebrochen ist und sein Gesicht ganz schief wurde. Oh, wie schrecklich. Wie spannend. Also versuchte ich hineinzufassen und bekam eine kleine, runde Schatulle in die Hände. Ich zog sie heraus und konnte kaum an mich halten. Denn sie war übersät mit alten Schriftzeichen und Symbolen der Maya. Sie war versteckt über all die Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende und offenbarte sich erst jetzt wieder meinen Blick. Halt doch! Oh, oh, oh! Ulf Lugwatschli. Der kriegt es dort. Was für eine unheimliche Gestalt. Man, da gibt echt schon was. Okay, okay, ich schließe wieder etwas auf. Ich sehe das Auto nicht mehr. Da vorne kommt schon die nächste Kurve. Achtung, es geht rum. Achtung, halt still! Oh nein, nein, Hilfe! Der kommt uns dagegen. Leck, 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 leck. Leck, leck, leck. Geh, leck, leck, leck. Wer auch immer sieht, am anderen Ende des Funksignals Z. Wir werden jetzt vielleicht hier abstürzen, aber wir werden lieber leben. Ihr Handlanger hat sich aus dem Staub gemacht, aber wir werden sie zur Strecke bringen. Und ich versichern, dass wir keine Chance haben, aber durch. Ja, das war's mit den fünf Geschwistern. Und ich werde mir jetzt die Schätze des Tempels ganz alleine besorgen.